Und da sind wir auch wieder zu unserem neuen FIFA 14 Pro Club Part auf der Next Generation Konsole, der PS4. Ihr seht hier dem Ultimate NRW zu, wie er sich auf den Weg begibt, in Liga 1 Meister zu werden. Das muss ja unser Ziel sein. Wir bleiben weiter konzentriert, wir bleiben weiter stark dran. Und das letzte Spiel haben wir in Liga 3 zum Ligastart mit 2 zu 1 gewonnen, auch wenn das Ergebnis knapp aussieht. Ja, okay, am Ende war es ziemlich knapp. Aber das Spiel haben wir eigentlich über 85 Minuten dominiert. Naja, jetzt geht es weiter. Spieltag Nummer 2. Bist du bereit, Dicker Bär? Nein, aber mach. Wir spielen weiter in unseren Glückstrikots, den Heimtrikots von Barcelona. Da haben wir schon lange nicht mehr mit verloren. Oder überhaupt verloren. Und schon seitdem wir die Trikots gewechselt haben, glaube ich, sind wir da relativ gut mit weggefahren. Warten auf Gegner, mal gucken. Jetzt kriegen wir auf die Klappe, wenn du das erst ansprichst jetzt. Ja, äh... Ja, äh... Ja, da meinst du so. Dann kriegst du wieder so'n... Ach, du'n Mega-Mega-Gegner. Ich werfe F2-Sexy-Ladies. Ja, gleich auch. Die gibt's ja auch wieder, die hab ich ja, äh... Boah, knallte der Ovelatte. Boah, drin da in das Dingern, ey. Boah, wie voll Ovelatte geknallt der Wolfsburg. So. Jetzt mal wieder Zeit für ein Granado-Tor. Oh, gegen Boca Juniors. Eben in der Donbass-Arena. Want to fail. Gegen Altium mit NRW. Nee, ich hoffe... Also, die sind, äh, ja... Der Bernhard, ey. Der Bernhard-Spiel. Want to fail. Das ändert mich so'n bisschen, äh... Und bei Facebook geguckt, ne, so'n bisschen an Klitschko. Weil er hat hinten auf seinem T-Shirt, auf seinem Training-Shirt stehen, Failure is not an option. Und die sind, äh, genau das krasse Gegenteil davon. Want to fail. Ah, das Spiel hat gerade gestartet. In drei Minuten sind jetzt rum. Giannizzi. Auf Bernhans. Ach nee, langer Ball, langer Ball. Ach, das wird noch überlaufen. Jawoll, sehr gut. Abstoß. Die Boca Juniors. Da ist der Henninger. Rishito. Rishito geht hoch zum Cockball. Was ist Granado? Granado sucht seinen Jungkollegen. Och, Bunga, 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 Bunga. Oh. Was war das denn? Der war vier zu spitzer Winkel. Das war ein Geschenk vom Verteidiger. Ach. Ja, so wie er vorbeigeht, war das da ein Geschenk. Scheitert hier. Was willst du da machen, ey? Guck mal, was das für ein Winkel war. Oh, der ist zu schnell. Der ist zu schnell. Ach. Schon voll gedrückt. Aber da ist der dicke Bär. Boah. Boah. Wir haben aber auch Schüsse drauf, aber unser Torwart bleibt hier standhaft und die Verteidigung erst recht blocken die Schüsse zusammen, gemeinsam, alle sind wieder. Oh. Und ist denn den Ball dann vorbei? Mit ne Riesenchance. Hinangar, ey. Mann, wo ist der Dingsbums? Ja, der geht noch. Wie ist da noch irgendwas mit L, oh? Äh. Lallepeluk, ne, was? Äh, ach, scheiße. Bisschen wieder heiß. Und jetzt Granado wunderbar einen Hinaus von Bunga Bunga. Lallepelukula hieß der, glaub ich. Genau, genau. Mann. Wenn der wieder ins Tor kommt, ich würd mich freuen. Lallepelukula. Unser Freund. Und Kupferstecher. Seitenwechsel. Ah. Aber das war nicht schlecht gespielt. Das war nicht. Was? Bunga Bunga? Auf der Seite? Habe ich jetzt nicht so gesehen, aber. Ach doch, der fehlt wieder voll im Abseits. Ein Schritt ist das. Der zeigt wieder, dass er es nicht anders kann. Aber er steht 27 Mal im Abseits. Beim 28 Mal pfeift der Schiedsrichter dann mal nicht. Und solange er dann im Abseits steht, ist es dann auch okay. Das ist Bunga Bunga. Der nimmt wieder mit einem, nein, mit zwei auf. Aber der ist ja sofort weg. Der ist ja sofort weg. 16 Minuten. Schöner Seitenwechsel. Der Bernhard wieder. Wo ist die Bianca? Wieder aufgepasst, komm. Sehr gut. Schön geklärt. Wunderbar. Wie hast du denn da gesehen? Eine Fata Morgane mal da. Das ist wenigstens Einsatz. Der zeigt, dass er für sein Team hier in diesem Spiel Gold wert sein kann. In den Zweikämpfen. Der libt Kula. Der Ball rausgeschlagen in Richtung Granado. Der Ball ist aber dann kurzzeitig weg gewesen. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Granado. Holt seine... Wow. Holt das Tempo hier raus. Jetzt kommt nochmal Granado. Zieht in die Mitte. Aber da ist keiner. Bunga Bunga hat sie nicht angeboten. Einfach zu verteidigen, Manners. Bunga Bunga hat sich ja nicht angeboten. Und schon ist die Kugel wieder weg gewesen. Es ist wieder Granado. Jetzt hat er mal ein wenig Platz. Aber kommt nicht zum Schuss. Und setzt sich nochmal ein. Der Ball ist weg. Der Gastgeber. Aber es ist momentan noch nichts. Er hat auch eine gefährliche Szene. Hatten sie bis jetzt gehabt. Mhm. Genauso wie wir. Ach ja, genau. Da war Bunga Bunga. Erstmal wieder versagt vom Tor. Kläglich. Nach diesem Geschenk. Verteidiger. Ah, Spiel dann da. Ich habe gerne gesehen, dass du den reingemacht hast. Den hätte ich reingemacht. Ach, da rennen sie sich gegenseitig um. Aber der Verteidiger ist wieder da. Und jetzt geht es blöd schnell. Ah, was machen die denn da? Spiel nochmal Doppelpass. Sehr gut. Ich will dir bei El Granado. Ach, was rennt der denn hin, ey? Warum bleibst du denn stehen? Ja, weil der ist irgendwie hängen geblieben. Hä, 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 hä. Oh, schöne Aktion. Einwurf. Und nochmal Einwurf von Granado. Der Sucht nach dem Spielstation findet sie auch direkt. Granado ist wieder da und holt sich den Ball über die rechte Seite. Bunga Bunga. Ist der Kopfball stark, wie wir wissen. Aber... Oh, Handspiel. Elfmeter. Bradley. Schön gespielt. Innenlauf. Und der geht sofort. Von der Verteidigung attackiert der Angreifer. Stark vom All-Zieb-NRW. Ja, abseits. Widersteht Bunga Bunga. Mein Gott, ey. Geh doch einfach mal raus da. Einfach nur mal bis zur Mittellinie da ein bisschen weiter reinbewegen. Dann kann ich auch anspielen. Ja, Bunga. Jetzt. Jetzt in Richtung Granado. Über die rechte Seite. Granado zieht nochmal in sich rauf und kommt aber nicht durch. Der Ball... Oh, der liegt gut. Der liegt gut. Ah, ist abseits. Sollte aber nicht auf den gehen. Und wieder daneben gehen, der abgehauen ist. Mah. Ja, brauchst er nicht nochmal zeigen. 36. Minute. Steht mal, glaube ich, ganz gut. Mal gucken, wo er den Ball hinbringt. Oh, der Stehenball ist doch nicht gut. Kommt der Ball über die linke Seite. Aber wieder rausgeköpft und wieder geht's in die andere Richtung. Granado kriegt der Ball sofort in den Fuß. Und dann kommt der lange Ball in Richtung Bunga Bunga. Noch kann er laufen. Bunga Bunga. Im Rücken steht der Granado doch. Mein Gott. Er gibt den Ball nie ab. Jetzt der Ball nochmal in die Mitte. Bunga Bunga dreht ihn noch einmal um den Verteidiger. Die schwere Dominik-Abenung hat man direkt gehört beim Abschluss. Nein. Aber alle wieder da und super verteidigt. Also die Verteidigung steht hier ziemlich sicher. Wieder geht's in die andere Richtung. Wieder ist es Granado. Der sieht wieder Bunga Bunga. Der rennt in den Verteidiger rein, so wirklich. Jetzt kommt der Ball über die rechte Seite. Und es gibt Ecke, oder? Ecke. Jawohl, Ecke. 43. Minute. Reha zieht den Ball zur Ecke. Granado mit dem Eckball. Die Flanke kommt rein. Bunga. Tor. Das ist doch nicht wahr, ey. Granado bringt die Ecke. So geht das. So geht das. Und die lange Granado-Ecke. Der achtet, wo Bunga Bunga steht. Der weiß, der kann köpfen, nur der köpft wirklich. Und der Ball fliegt ins Netz. Aber wie? Na, jetzt guckt euch das an. Mein Gott. Vor der Halbzeit. Vier und vierte Minute. Das 1.0 für den alten MNW. Das zeige ich dir noch mal, der Bunga Bunga. Ich war es wieder. Ich war es. Der ist, glaube ich, mein Lieblings-Jubel geworden. Der ist aber auch geil. Wie geht denn? Kann ich bestimmt auch nicht. Hm, der klar, den kannst du. Den habe ich, äh... Wie geht denn der? Die Führung für den Ultimate-NRW. Na, das macht einem doch mal ein wenig Angst. Und das ist... Ach, Granado. Das ist eine Lippe Kula, ey. Eine Lippe Kula. Bunga Bunga Bunga. Der sehen wir jetzt noch mal. Das Tor. Der lange Ball lacht. Schade. Aber das konnte der Torwart gar nicht begreifen. Aber wenn man hier an Born to Fail heißt, dann bitte nicht so offensichtlich. Zeigen, dass man gegen einen 1.67 Meter großen Angreifer... Dann, dass er wirklich zwei Mann die Kopfball-Duelle verlieren... Oh, der kommt nicht durch ihn. Halbzeit 1.0. Oh, äh, äh, äh. Halbzeit 1.0. Born to Fail 0. Ultimate-NRW 1.0. Welche Arena ist das denn? Und was? Das ist das Stadion, was... Geil aussieht. Das ist das Stadion, was bei uns dann auf den Thumbnails drauf ist. Ja? Ja, ich hab doch gar keine Ahnung davon. Das ist sein Bier, nicht meins. Was er da macht. Ich bin nur der, der es zusammenschneidet und hochlädt. Der Rest ist sein Bier. Mein Bier. So, ey, lauf, lauf, ey! Was machst du? Oh! Boah, sehr gut. Sehr gut, halt. Ich wusste gar nicht, was abgeht, ey. Und die haben den Ball immer noch. Das ist gut. Wir haben den Ball zum Start behalten. Ja, aus dem Fenster nämlich geguckt. Ja, du bist aus dem Fenstergucker, ey. Träumer. Big in bigger, biggest dreamer. Ich weiß auch, dein Traum wird wahr. So. Jetzt geht... Was war denn das, ey? Ball über die rechte Seite. Oh, nicht schlecht. Komm, 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 komm. Oh, der ist ein Torwart. Der kann doch nichts. Oh, der fliegt gut. Der fliegt richtig gut. In Richtung... Und der Mechant Loop. Der Mechant Loop, ey. Der Frippuel. Aber der rennt irgendwie so früh in die Mitte rein. Und das kann nichts geben. Sehr gut. Und... Oh, Ball sofort weg. Schuss. Torwart ist da. Boah, schön. Decke. Kann man auch mal festhalten, den Ball. Der locker, ey. Ach ja. Mechant soup. Den Hena geil. Ich bleibe auf der Linie schwer. Ich muss die ganze Zeit immer die kurzen Bälle zu spielen. Komm, hoch da. Jawohl. Und setz dich dahin. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Hallo, geh noch mal zum Ball. Über die rechte Seite. Bunga Bunga spielt da ein wenig rum. Granado wartet hier auf die Kugel. Kriegt sie nicht, aber hält den Körper gut rein. Damit Bunga Bunga jetzt noch die Chance hat, einen abzuziehen. Aber... Das war ein Satz mit die Kugel. Ja, ich hätte vielleicht noch weiter... Und Granado, was für ein Einsatz. Läuft sofort mit. Geht wieder über die Außenbahn. Ole, spielt noch durch die Beine. Holt sich den Ball wieder. Spielt Bunga Bunga an. Ganz, ganz stärke Aktion von El Granado. Jetzt ist Bunga Bunga da. Granado wartet auf den Pass. Kriegt sie nicht. In der Mitte. Kriegt nicht. Jetzt kommt die Sank aber gut. Ball nochmal aufgelegt. Granado hält nochmal drauf. Kann er nur abklatschen. Er geht nicht. Nochmal aufgelegt. Mein Gott, hektische Szene hier im gegnerischen Strafraum. Ja, ich stand in Abseits, ja. Warum laufigst du? Ich wollte dem Granado einen auflegen, eigentlich. Ich hätte da unten einen gesehen, eigentlich. Deswegen bin ich da so hergelaufen. Ich will dem Granado einen auflegen, eigentlich. 62 Minuten gespielt und jetzt kommt der. Ey, kann nicht wahr sein, ey. Alle stehen hier zu weit weg. Der ist im Abseits. Der ist voll drin. Machst du nix, Junge. Der Bernhard, ey. Soll man lieber zu deiner Bianca gehen, ey. Sehr gut. Zwei Mann ausgespielt. Und jetzt hat man ein bisschen Platz über die Außenbahn. Kann nochmal ein bisschen gehen. Bringt den Ball direkt weiter auf Bunga Bunga. Granado ist da. Oh, hat das auf die Flanke. Ist der eine Meta? Hat das auf die Flanke. Tor. Yes. Ist das stark. Geht doch, ey. Aber nicht mit so viel Wucht wie ich immer. Oh Mann, der kann den nicht. Hier. Zwei Mann nach unten, hab ich gedrückt. L1 und zwei Mann nach unten. Mach dir mal den. Äh, die Faust. Die Sieger-Faust. Ich hab den wirklich nicht gekauft. Das hab ich irgendwie als Nice-Dollar gekriegt. Nein, ist so. 2-0. Kann ja gleich mal gucken. Ist das ne bittere Pille. Wer war bitte nochmal Liga 5 und wer war bitte nochmal Liga 4 und Liga 3? Also Liga 5 haben uns ja wirklich mächtig schwer getan. Aber wenn wir jetzt wieder mit dem zweiten Sieg hier rausgehen, wir sollen das noch enden. Seitdem der Raffalter nicht mehr dabei ist, er läuft es. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut. Jetzt sind wir das Problem, wir müssen uns den dritten Mal mit einbeziehen. Und der Ball wieder super gespielt in Richtung Bunga Bunga. Ja, der kriegt das Tempo nicht mit, hast du gesehen? Ja, der hat schon geleckt. Von mir nicht. Von mir nicht mehr in den Rücken gespielt. Aber... Boah! Mein Gott, was für eine Sitz. Ey, da hat sich ja das gebildet morgen noch. 72. Minute. Born to Fail zeigt, warum der Name hier Programm ist. Eieiei. Wieder in der Schlussphase. Jetzt wird es wieder spannend, aber ist immer wieder einer da. Na, na, der ist noch nicht im Aus der Ball. Sehr gut. Gut gemacht. Und der lange Ball. Der das noch immer gemacht hat, ey. Ja, das ist bei mir auch. Der hat den Ball mit der Hand nicht genommen, irgendwie. Das ist mit der Hand. Das nenne ich Einsatz und er wird wieder schnell gespielt. Schnell nach vorne. Wieder in Richtung Bunga Bunga. Der wieder gegen Kumpmann, aber... Was ist denn los? Und so lange das hier noch 2-0 steht, ist alles gut. Ja. Die sind aber auch wirklich wie die anderen harmlos. Wie total harmlos. Jetzt, 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 jetzt. Oh, scheiße Ego. Scheiße Ego. Oh. Nein, spiel doch einfach mal. Hab ich doch vorgehabt. Nee, ich hab ja vorgehabt. Was macht der denn da? Mei, das ist aber eine Federkette hier. Aber es geht dann doch noch mal nach vorne in Richtung Bunga Bunga. Oh, der zieht noch mal. Oh, ich stehe noch mal auf Bunga Bunga drauf. Arschloch, ey. Ach, Mann, ey. Ah, der wieder zurück, alles zurück. Jetzt mach ich noch mal. Ah. Schade. Geht noch mal nach vorne. Bunga kriegt den Ball. Dreht sich gut in den... Oder um den Mann rum. Ja, noch mal gut weitergegeben. Noch mal. Bunga Bunga läuft. Jetzt in die Spitze. Kriegt er den Ball? Nein. Schade. 85. Minute. Die Dominanz des Ultimate NRWs ist schon ungeheuerlich. Das ist wirklich in diesen Ligen ungeheuerlich. Ich sag, dann wieder Liga 2. Wenn wir da wirklich reinkommen sollten, dann wird Liga 2 ein ganz brutales Lister werden. Denk ich mal. Oh, der Ball wieder gut gespielt. Wieder gut gespielt. Wieder in den Strafraum. Aber da kann es jetzt auch mal bei bleiben. Muss man ein bisschen richtig auseinander nehmen. Dann... Aaaaaaahhhhhh. Kanado direkt schon mit zwei Mann gedeckt worden. 93 Minuten werden hier dann insgesamt gespielt. Das ist bei mir dann zu zeigen. Und das war's. 2-0. Gewinnt der Ultimate NRW. Bei 1-2-fail. Tut mir leid, aber das war wirklich Fail von euch. So zu spielen. Okay, so schlecht war ich nicht. Aber wir haben die einfach vernichtet. War ungeheuerlich. Ehrlich. Diese abgezogen gehabt. Weil jetzt 2-0 war nochmal ein ganz, ganz gut gespielt. Das 1-0 kam ja irgendwie so aus dem Nichts. Also die erste Halbzeit passierte relativ wenig. Warte mal nochmal die erste Szene gerade. Jetzt haben wir auch noch laufen die Highlights, ne? Ja, was willst du denn machen? Ja, der hat ja erst mal schön da vorbeiküpft. Bunga Bunga liegt hier zum Schlafen. Dann die nächste Chance von Bunga Bunga. Mein Gott, die ist dann Chancen tot. So, und dann kommt die Flanke. Wie aus dem Nichts? Weil da war immer das 1-0. Zack, und die Fans konnten ihrem, ihrem schönen Atem nicht mehr trauen. Nein, ihrem Glauben. Und hier hat es 2-0. An ihren Augen. Ja, der Kopfball war ein bisschen lächerlich, ja? Ja, der Kopfball war gut, weil ich bin ja noch entgegengelaufen. War ein bisschen, ähm. Nicht so kraftvoll, irgendwie. Irgendwie krieg ich da mehr Kraft hinter als du. Ja, ich weiß. Bei mir ist das ganz komisch. Also, wenn ich mit SC09 mit dem Account spiele, der kann halt auch. Der kann auch richtig gut glüpfen. 6 Punkte nach 2 Spielen, was ist da los? Ja, überleg mal, wir haben die ganze letzte Saison auch gewonnen. Ja. Guck mal gerade nach. Ne, außer einem Spiel. Das ist allererste. Ich ja? Ja, wir haben nicht alle gewonnen, pass mal auf. Nein, wir haben 20 Punkte gehabt. Wir haben unentschieden, haben wir gewonnen. Spielen. Hm, zum Anfang 2-2. Ne, wir haben 0-0 gespielt. 2-2. Nein. Ich guck ja gerade nach. Das letzte Mal, genau, wir haben, wir haben verloren 2-1. Ich weiß aber gar nicht mehr wann. Sondern irgendwann 5-0, 0-0. Ah, ne, gegen Deutz, das war ja noch die andere Saison, oder? Ne, Deutz, das war aufgeschrieben. Genau. Dann kam, ich glaube, es ging gegen Portugal Stars, so 3-2. 2-1, 3-0, 3-0, 2-0, 3-0, 3-0, 2-1, 2-0. Ja. Ach, genau. Siehste, Saison 8, haben wir 2, Saison 7, haben wir 7 Siege. 0 Unentschieden, 0 Niederlagen. Ich spielte hier gerade. Sehe ich gerade. Mal gerade, genau. In Liga, also in Saison 6, sind wir mit 4 Siegen, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen. Sind wir aufgestiegen. Genau, dazu steht noch 3, 5, 5. Genau, da kommt die Liga 7, äh, Bilanz, Saison 7. Da haben wir 7 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen. Oder sind wir in Bilanzsaison 8, 2 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen. Dann sind wir seit 9 Spielen. Na, guck mal, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Spielen sind wir umgeschlagen. Darunter 1 Unentschieden. Gut. Ja. Nach der Statistikrunde hier, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und das nächste Spiel wird bestimmt auch sehr spannend, hoffe ich. Und ich muss noch dazu sagen, ihr seht, ich habe Level 86, ich habe jetzt den Fail-Rückzieher. Den Fail-Rückzieher, ja, da bin ich mal gespannt, wenn du den Ball das erste Mal in den Rücken kriegst und den mit dem Fall-Rückzieher rein aus. Ich freue mich schon drauf, tolles Monat, ey. Nein. Vielleicht ist es schon im nächsten Jahr soweit, wir wissen es nicht. Ja, ich würde mal sagen, bis sehen, euer Rinn und Tschau.